Ah! Oh nein! Es hat nicht gereicht! Okay. Na dann! Again. Ah, stopp. Er ist der Gro... Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt! Er ist der Große. Komm mal, mach dich wieder normal. Danke. Feuer! Pack dich mal hier oben in der Hoffnung, dass dich das wieder richtet bis dahin. Nö. Krieg dich jetzt nicht mehr da drauf, richtig? Richtig. Ah, weil ich zu schnell gehandelt habe. Huch! Ah! Gott! Spiel! Okay. Und Feuer! Okay, Rutsche! Nicht daran... Warum mach ich auch sowas? Warum hampel ich darauf rum? Weiß es nicht. Feuer! Boing! Und... Feuer! Machst du ja jetzt wirklich Feuer. Ohaha! So. Bewegen kann ich die jetzt eh nicht mehr. Okay. Muss ich da rutschen? So in einem Zug? Damit ich da Schwung hab? Das kann natürlich sein. Ey, du sollst runterrutschen. Also so richtig. Dann nicht. Er wollte nicht. Geht auch so. Hä? Hä? Oh, wait. Ich hab zwei Dinger. Äh. Oh, und zwei Versuche. Und zwei Versuche. Nein, daneben, 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 daneben. Okay, ich weiß aber, was sie von mir wollen. Ich kann die Blöcke da nicht... Das war dumm. Nein, so will ich das nicht. Ich kann die Blöcke nicht dagegen drücken. Wieso will der nicht mehr rutschen hier? Will der das auf den Zeug nicht? Weil das so Schmierenzeug ist. Voll blöd. Voll blöd. Aha, so auf die Steine verzichten wir immer. Oh, wait. Oh nein, ich weiß, was kommt. Genau das. Und es reicht dem Spiel nicht, mir Segen entgegenzustellen. Oh, was? Da muss ich mehr warten. Okay. Das ist voll mies. Weil das voll weit ist von der Mitte bis zum Rand. Das ist echt... Oh. Ich fahre noch dran. Eason! Eason! Ja. Ja. Okay. Alles wird gut. Ach. Da habe ich zu lange gewartet. Ich muss ein bisschen warten, damit ich Abstand kriege zu den unteren. Aber nicht zu lange. Mh. Das ist nicht schwer. Ah, ich war noch dran. Wieso will der dann nicht mehr springen? Der mag das nicht, wenn du von der Wand abspringst. Und lange ab bist wieder. Oh Gott. Bitte lass das... Oh nein. Dankeschön. Boah. Was ein Stress. Was kommt hier? Evakuierung. Oh nein. Ich euer Ernst. Nicht euer Ernst. Nicht euer fucking Ernst. Nicht euer fucking Ernst. Ich kann doch unter Druck nicht arbeiten. Oh ja, mit Rätseln. Ich hab ja noch nicht genug... Ich hab ja noch nicht genug... Ich hab ja noch nicht genug Rätsel. Okay. Ach ja, und dann, wenn man schnell genug ist, dann kriegt man hier noch so einen Kack entgegengeworfen. Indem die Säure einfach nochmal hin... Mitsteigt. Hm. Okay, da muss ich links hin. Es ist bestimmt irgendwie möglich, komplett die rechte Seite entlang zu gehen. Okay. Segel kommt! Nein! Okay, es ist nicht möglich, am Rand hängen zu bleiben. Oh Gott. Oh Mann, ey. Oh Mann. Lauf, 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 lauf. Ich komm da nicht rüber. Oh nein. Oh nein. Ich dachte, ich kann so an der Plattform vorbei und dann da hoch, aber es geht nicht. Oh Mann. Oh Mann, ist das stressig. Springen! Und hoch. Schnell. Und sicher hoch. Checkpoint. Jetzt kommt die Suppe wieder. Weißt du, man baut sich hier einen schönen Vorsprung aus. Und das Spiel so... Zeig dir den Mittelfinger. Ah, was? Nein. Oh Gott. Zum Glück gibt es hier Checkpoints. Ich würde ausrasten, wenn es hier keine Checkpoints gäbe. Ich wollte gerade sagen, kannst du mal bitte schießen, liebe Kanone? Das wird ganz schön eng, wenn du so lange nicht schießt. Das ist ja ätzend. Okay, 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 okay. Das wird nichts. Was muss ich hier machen? Was? Was? Oh nein, ich bin abgerutscht. Ja. Jetzt bin ich hängen geblieben und abgerutscht. Das sind zwei Kombinationen, die nicht passieren sollten in der Stage. Nein. Aber es war gut. Von der Bewegung her war es gut. Okay. Okay, 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 okay. Wir schaffen das. He's in love. Nein. Nein. Ich dachte erst, der obere schießt. Wie schnell schießt denn der auf der Seite wieder? Gott. Ah, was? Die Dinger kommen. Ey, diese roten Geschosse. Ich hasse sie auf alles in meinem Leben. Ich werde, glaube ich, nichts schlimmer hassen. Doch bestimmt. Aber Gott, diese Geschosse, ne? Diese Plattform. Und diese Plattform. Sie ist ja, da hasse ich schon wieder was Neues. Oh Gott. Oh, was? Und guckt euch das an. Ach. Rutsch halt ab. Mann, ey. Ich will nicht mehr. Mami. Ach. Ey, die Stelle ist voll schlimm. Mann. Gott. Und wer soll denn hier bitte alle Kristalle holen? Ja. Lauf, 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 lauf. Spring. Lauf, 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 lauf. Nein. Oh, es gab keinen Checkpoint, ne? Nein. Oh. Schrecklich. Da hast du keinen Fehler machen. Da hast du schon wieder einen Fehler gemacht. Ah. Da beiße ich gleich ins Mikro. Wie soll man hier schneller hochkommen? Vor allem kann E-Stim nicht irgendwie rennen oder so. Oder kann der rennen und ich hab was im Spiel verpasst? Nicht wirklich. Oh, ich muss sofort an die Wand. Bin ich damit schneller? Also, nja. Nicht wirklich. Und los, so, 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 so. Eason, wir haben nicht ewig Zeit. So, lauf, 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 lauf. Springen, lauf, 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 lauf. Warten, springen, lauf, springen, hoch. Oh Gott, da ist ein Checkpoint. Und die Suppe kommt, ja. Und da muss ich wieder rätseln. Hier, Moment. Was heißt rätseln? Ich muss einfach nur... Hoch genug kommen. Nein! Ich konnte nicht mehr springen, ich weiß nicht warum. Okay, lauf, 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 lauf. Wieso sammle ich die? Das ist einfach nur Zeit fressen. Aber ich muss auf den höchsten kommen, das ist eigentlich am leichtesten dann. Wir machen es jetzt so. Schade, dass es hier Oberflächenreibung nicht gibt, also Reibung. Das wäre auch geil. Okay, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Ich muss... Erstmal kann ich schummeln und ihn unter mich setzen. Das müsste eigentlich hinhauen. Und zur Not kann ich mir den hier hinpacken. So, und jetzt muss ich mir nochmal... ...drunter packen. Oh Gott, hoffentlich reicht das von der Höhe. Reicht das von der Höhe? Gucken wir mal. Nein! Nein! Moment. Also es reicht von Eastens Höhe für den Holzblock. Das ist das Wichtigste. Okay. Muss ich halt kurz nochmal abspringen. Ist ja kein Problem. Wir haben ja einen Checkpoint. Okay, das habe ich instinktiv richtig gemacht. Oh, das war falsch. Da hätte ich das Katapult benutzen sollen. Okay. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich glaube nach rechts, ja. Okay. Da ist der Ausgang! Der Ausgang! Oh nein, 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 nein. Oh, es bleibt stehen. Oh, wir haben es geschafft. Treuer Freund. Was ist denn mein treuer Freund? Okay. Es ist schön hier. Was leuchtet hier gleich im Hintergrund? Fragezeichen. Ach, du bist mein treuer Freund? Hallo. Na? Dann komm mal mit, treuer Freund. Du bist jetzt mein Companion Cube, ja? Mein kleiner, feiner Companion Cube. Und mit dir kann ich dieses Level schaffen. Das ist nett, aber ich muss dich die ganze Zeit rumschieben. Das ist nicht so nett. Du könntest ja wenigstens mal an mich denken. Und dir Beine wachsen lassen. Naja. Okay. Aber hey, ich schieb dich gerne. Weil du löscht für mich bestimmt auch Feuer, oder? Wehe, du brennst. Wehe, du brennst. Ist das ganze Level jetzt ein Interaktionskasten? Das ist schön. Oh! Mein treuer Freund hat mich einen Stich gelassen. Kann ich den so sammeln? Ja, aber nicht ohne zu verbrennen. Also muss ich dich jetzt das ganze Level über... durchschlören, ja? Das gefällt mir nicht, weißt du. Eigentlich musst du ja lernen, alleine durchs Leben zu kommen. Ich finde das nicht richtig, was wir hier machen. Und ich habe einen Fehler gemacht. Oder kriege ich einen neuen Freund? Weil dann ist die Überschrift irreführend. Ich kriege einen neuen Freund. Okay. Dann erleuchte mir mal den Weg, mein Freund. Äh, ist da unten eine Säge? Ist das da eine Säge? Es wirkt fast so. Ah, okay. Gut, dass ich da schnell genug mitgekommen bin. So brauche ich jetzt meinen Freund. Ist relativ dunkel hier. Ich brauche dich, ne? Dann komm mal mit. Bräuchte ich nicht? 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 Ich kann es mir hier kurz erleuchten. Okay. Kann ich das irgendwie abbrechen? Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, wie man abbrechen kann. Aha. Jetzt weiß er das. Äh. Äh. Komm, das geht. Das geht! Das geht! Nicht. So, mein Freund. Ich erklebe dich mal hier dran. Erkleben vor allem. Du machst mir dann Licht. Muss ja hier irgendwo eine Plattform sein. Oder ich muss mit ihm mitfahren. Schnecke. Du kannst her selbst auch essen. Ich habe viele Sachen geklaelt. Arschstuh. Dễ. Jäufe. Jäufe. Schufe. Schufe. Ich bekomme da viele Teile.